Bist du Jeffrey? Ich bin George und das ist meine Frau Evelyn. Auf Entdeckungstour durch New York. Allerdings steht das Standardprogramm mit Empire State Building und Freiheitsstatur bei George und Evelyn Labour heute nicht auf dem Programm. Sie haben sich einen persönlichen Fremdenführer gebucht. Mit ihm gemeinsam wollen sie den Hitten Kiez von Williamsburg in Brooklyn erkunden. Ihr Guide Jeffrey Stylwalt ist 25 Jahre alt und kennt den Bezirk wie seine Westentasche. Das ist ein Bild von iRobot. Das ist sein Künstlername. Das hier ist eine Schokoladenfabrik. In Brooklyn gibt es rund 48 Brauereien. Jeffrey gibt Einblick in die lokale Graffiti-Geschichte, berichtet vom Bierbrauen und von der voranschreitenden Gentrifizierung in dem Stadtteil. Das Ehepaar Labour gehört einem neuen Typ von Touristen an. Sie wollen das echte, authentische New York erleben und Jeffrey ist mehr als bereit, es ihnen zu zeigen. Sie erfahren alles aus erster Hand, von jemandem aus der Szene. Anstatt sich alles aus der Entfernung anzuschauen, sind sie selbst ein Teil des Ganzen. Samstags und sonntags gibt es auf dem Dach da Partys, die laufen immer noch. Sonntag Nachmittag, so früh, man kann doch nicht tagsüber feiern. Der Rundgang endet am Ufer des East River mit einem großartigen Ausblick auf Manhattan. Die beiden Touristen sind von dem Panorama und ihrem Guide begeistert. Wer Lust hat auf eine individuelle Stadtführung, hat die Qual der Wahl. Allein in New York bieten rund 150 Guides ihre Dienste an. Wer Lust hat auf eine individuelle Stadtführung, hat die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl. Vielen Dank.